Ja, hallo ihr Lieben, Christian Helzscher, mein Partner, Beziehungscoach, Clubpsychologe, offensichtlich Experte für toxische Beziehungen, haben wir ja hier schon drüber geredet, hat da noch keiner drüber geredet in Deutschland, aber egal, das Leben geht weiter und ich habe ja den Prozess von Johnny Depp und Amber Hurt verfolgt, die nicht beiden wirklich nur das Beste wünsche, hochtoxische Beziehungen, kann man glaube ich sagen, wurde ja entsprechend ausgelegt vor Gericht und ja, jetzt gibt es hier Neuigkeiten, weil ich das ja so verfolgt habe, dachte ich mir, bekommt ihr auch mal diese Neuigkeiten mit und zwar, so, ich mache das hier mal so ein bisschen kleiner, ne, geht gerade nicht, doch, so, und zwar, ja, gibt es eine Einigung zwischen Amber Hurt und Johnny Depp, also eigentlich, also nach diesem Mammut-Prozess war ja, wo sie ja ordentlich verloren hat, also sie müsste eigentlich 10 Millionen zahlen und er musste zwei Millionen zahlen, wobei man eigentlich, glaube ich, schon sagen kann, das war ein glatter Sieg für Johnny Depp und ich habe ja auch in meinen Videos durchgängig gesagt, also ohne jetzt, nicht, dass Johnny Depp bestimmt jemand ist, der einfach ist in Beziehung oder dass dieses Drogenthema, dass das alles kein Thema ist, aber ich fühle mich ja einfach berufen, auf meinem Kanal auch mal Lanze zu brechen, mache ich ja immer, also für Frauen sowieso, aber für Männer auch, dass auch mal Männer unter die Räder kommen, es wird ja immer wieder abgestritten im Mainstream, dass Männer könnten nicht Opfer werden und ja, es gibt keine falsche Entschuldigung und deswegen war mir jetzt einfach auch mal wichtig, das auch mal Öffentlichkeit drauf zu bringen, auch mit, was ich hier zu bieten habe an Öffentlichkeit. Ja, es gibt es, es gibt es nachweislich und das ist auch, sorry, das ist auch das, was ich immer wieder höre in meinen Gesprächen und den Mails, die ich zu sehen bekomme und es gibt auch Forschungsergebnisse, dass sich das immer mehr angleicht, ohne, wie gesagt, kann immer wieder sagen, ich will das nicht vergleichen, was Männer erleben, was Frauen erleben, das kann man, das ist Äpfel und Bieren, aber wenn man das einfach so in Zahlen fasst, was vielleicht auch nicht hundertprozentig möglich ist, sieht man einfach, dass sich das immer mehr angleicht und auf eine ungute Weise, finde ich, meine Frauen müssen ja jetzt nicht das auch mehr machen, was Männer immer vielleicht viel gemacht haben, aber gut, das ist ein anderes Thema, kommen wir mal zurück zu dem Prozess und ich will auch mal sagen, warum ich das ein bisschen fragwürdig finde, was wir hier haben. Ich habe jetzt einfach mal so einen beliebigen Zeitartikel rausgesucht, verlinke ich hier mal drunter und ja, es sollte, also genau, Johnny Depp hat ja mehr oder weniger gewonnen und Emma Hurt hat dann, ja, gesagt, so, jetzt geht es hier aber los, jetzt gibt es hier Berufung, ich meine, sie hat den ganzen Kram ja auch angezettelt und ja, es konnte ja eigentlich doch belegt werden, dass viele von ihren Aussagen einfach kompletter Bullshit sind, weitgehend und ja, also eigentlich immer noch für mich unfassbar, dass überhaupt so viel aufgeboten werden musste, wo eigentlich schon weniger Sachen, denke ich, das klar gemacht haben, wie da die Paardynamik ist. Trotzdem muss ich natürlich immer wieder sagen, erlaubt mir die Runde nochmal. Man kann nicht immer nur auf einen gucken in solchen Beziehungen, es gibt ja auch den anderen, der drin bleibt und sich das bieten lässt, also es sind immer zwei, die dazugehören. Aber gut, das war halt die Sache, war ja mit zig, sie hat ja ihn auf 100 Millionen verklagt, er ist ja auf 50 Millionen, glaube ich, und jetzt Berufung und dann droht ja auch diese ganze Öffentlichkeit wieder loszugehen, dass es wieder alles in die Öffentlichkeit gezerrt wird und ja, ich glaube schon, dass das für sie extrem belastend war, auch dass sie, glaube ich, nicht damit gerechnet hat, dass es so läuft irgendwie und natürlich sollte man, ja, man sollte einfach feststellen, was da passiert ist, aber natürlich sollte man niemanden haten und finde ich komplett falsch, wir alle bauen auch mal Scheiße, das muss man ja auch mal sagen, wenn nicht in diesem Leben dann irgendeinem anderen mit Sicherheit, aber jetzt gibt es halt doch überraschend, muss ich sagen, eine Einigung und sie sagt jetzt, ja, ich vertraue dem Rechtssystem nicht mehr, ja, also übersetzt, sie geht davon aus, dass sie wieder verlieren wird, völlig zu Recht, muss ich sagen und genau und ich meine, wir erzählen die alles ein, aber gut, jetzt haben sie sich halt außergerichtlich geeinigt und so die, was ich jetzt so verstanden habe, die Fakten sind jetzt halt so, dass sie nur eine Million zahlen muss, wo ich schon denke, ich meine, für sie eine Million ist wahrscheinlich wie unser eins irgendwie zwei Kugeln Eis, vielleicht nicht ganz so, aber ich meine, der Prozess wird auch irrsinnig teuer gewesen sein und ich glaube, sie hat ja auch Rollen verloren und so, vielleicht ist es auch doch viel für sie und, aber so gut von zehn Millionen auf eine Million, finde ich, also habe ich schon wieder, also habe ich persönlich wieder das Gefühl, dass Johnny Depp ihr da extrem entgegengekommen ist, er spendet diese Millionen dann an irgendwelche, ja, Organisationen halt, was ich auch schon echt schwierig finde, weil sie hatte ja immer gesagt, sie würde ihr Geld spenden, warum macht sie das jetzt nicht, was sie immer zu, was sie gesagt hatte, was sie schon längst gemacht hat, an irgendwelche Kinderkrankenhäuser und ich weiß nicht was, wieso muss sie da nicht das machen, was sie schon längst vor gesagt hat, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, also für mich wirkt das wieder so, als wenn man sie so aus der Verantwortung entlässt und, aber das ist nur meine Meinung, meine persönliche Meinung und was ich aber auch am problematischsten finde, dass sie offensichtlich weiterhin das Recht hat, ihre Wahrheit, weiß ich nicht, was sie damit meint, aber ihre Wahrheit zu verbreiten, das heißt, ihr wird nicht untersagt, dass sie bestimmte Aussagen, die halt einfach nachweislich falsch sind, dass sie die weiter tätigen kann und das finde ich, das wird sie irrsinnig viel ausnutzen und also da frage ich mich echt, wie kann zu so einer Einigung kommen, kann ich nicht nachvollziehen und kommt mir, mir persönlich, ist wirklich nur meine persönliche Meinung, kommt mir schon wieder so vor, als wenn Johnny Depp da ihr neun Meter entgegengekommen ist und sieben, ein Meter und das finde ich falsch, sage ich ganz ehrlich, da wäre ich härter an so einer Geschichte, aber man kann sich natürlich letztlich nicht reinversetzen, was da passiert und ich sage ja auch immer wieder, habe ich ja neulich auch in der Instagram Story gesagt, ich bin, was so toxische Beziehungen geht, ein absoluter Gegner von irgendeiner Art von Mediation, wenn man da nicht immer drauf zahlt als Pluspol, gehen wir mal von aus, Johnny Depp ist ja eher der Pluspol und frag mich, ob nicht das genau das wieder passiert ist und gut, das ist natürlich nicht so eine Feld, Wald und Wiesen Mediation in, weiß ich nicht, Pussemuckel, ja Pussemuckel kann nicht auch gute Mediation haben, aber ist auch an sich nichts Schlechtes, ich sage nur bei toxischen Beziehungen, sondern ja, ein Vergleich, den Anwälte ausgehackt haben, aber trotzdem, also meine Meinung ist, lieber Prozesse oder auch eine gerichtliche Mediation, also alles, was vor Gerichts abläuft, sind die Chancen viel besser, dass das vernünftig ist, weil Richter und Staatsanwalt und so weiter das erstaunlich gut durchschauen, so ein toxisches Spiel, wir haben ja einfach jeden Tag mit zu tun und fand ich immer wieder sehr beeindruckend, muss ich sagen und meine Meinung ist, dass das ziemlich, dass mir das noch ziemlich auf die Füße fallen wird und könnten mir vorstellen, dass es ein Fehler ist, den er da gemacht hat. Ja, aber was denkt ihr dazu und freue mich über eure Kommentare und genau, lag doch gerne meinen Kanal und unterstütze mich hier gerne und wir sehen uns bald wieder. Ciao.